Das ist Klara. Klara sagt oft ja. Na Klara, vielleicht ein bisschen zu oft, nicht wahr? Klara? Klara? Hi. Alles gut? Ja, was? Ja, also wir haben ja am Wochenende die Fahrt zu ihm. Bis Montag muss die Hausarbeit fertig sein. Das schaffen wir nicht. Und dann haben wir gedacht, musst du das ja machen. Ja, klar kann ich machen. Ich bin schon irgendwie Zeit. Super. Sollen wir was trinken gehen? Entschuldigung bitte. Noch ein bisschen Kleingeld für mich. So 20 Euro. Ja. Dankeschön. Hallo. Wir kennen das schöne Hochteil am Wetter. Sind Sie bereit ein Sonnencreme-Abo abzuschließen? Ja. Grüß Gott. Haben Sie eine Minute Zeit, mit uns über Gott zu reden? Ja klar, kommen wir rein. Danke. Grüß. Hi, ich bin's. Hi. Ja, du, ich brauchte dich am Wochenende beim Umzug. Ja klar. Alles klar, super. Und dann wollte ich wissen, wie weit du mit den Aufgaben bist, weil am Wochenende muss das ja fertig sein, weil wir das Montag abgeben müssen. Ja, bin dran. Ja super, okay. Ciao. Ciao. Wir müssen aber auch passen, dass mein Katan nicht kaputt geht. Das ist das Lassen. Ja, ist irgendwie so. Ist nicht schlimm. Wir müssen das Leidenstoff. Mhm. Alter, steh mal bitte auf, ich will mich hinsetzen. Ja. In diesem Moment wird Clara klar, sie muss was ändern. Hallo. So ein bisschen Kleingeld für mich. Nein, Mann. Such dir einen Job oder so. Hey, chill, chill, love. Hallo, ich hätte doch mal ein Spezialangebot für Sie. Nein. Nein. Grüß Gott. Nein. Nein. Alter, mach das schlimme Schulter zu. Äh, nein. 85 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Nein sagen. Sei mutig. Sag Nein. Aber vielleicht nicht ganz so extrem wie Clara. ...